Schon seit meiner Kindheit habe ich gerne gekocht und gebacken. Als eines Nachts ein Feuer in unserem Haus ausbrach, starben meine Geschwister. Bis heute glauben noch viele, dass ich für das Feuer verantwortlich war. Ich musste fort, an einen Ort, wo ich nie wieder einen anderen Zwerg meiner Sippe sehen würde. Also heuerte ich als Schiffskoch an und floh in den Süden. Viele Jahre verbrachte ich bei einem Alchemisten in Al-Anfa und lernte seine Geheimnisse. Als er starb, fuhr ich wieder zur See und traf dort neue Freunde. Jetzt stehe ich im Dienst der Boronkirche und suche alte Artefakte in den Dschungeln Al-Anfa. Ich bin Korgrim und das ist meine Geschichte. Papa St. Bicke